Moin Moin und herzlich Willkommen zu einem weiteren entspannten Tag bei Medieval Dynasty. Da stand ja auch noch die Nacht dazu, denn es ist jetzt irgendwie schon spät geworden und ich bin da mal kurz hergelaufen. Ich habe auch ein paar Stöcke eingesammelt unterwegs, sodass wir uns im Zweifelsfall ein Lagerfeuer machen können. Aber erstmal müssen wir natürlich klären, was die Guten hier von uns wollen. Okay, den kann ich nicht aussprechen. Was möchtest du denn? Kann ich dir bei etwas helfen? Verehrte Herr, kannst du mir bei einer Besorgung hilflich sein? Also, kannst du mir bei einer Besorgung hilflich sein? Ja. Ich habe versprochen, ein paar Hosen zu nähen. Wie ist das Material ausgegangen? Ja, okay. Ein bisschen Flax hätte ich gerne. Hier denn. Sechs Flax, bitte. Hä? Nein, das ist der Falsche. Es war schön, dich zu sehen. Hier ist er. Nada. Ja, ich habe gerade total. Achso, ich habe unterwegs vielleicht was geklaut. Sechs Flax. Bestätigen. Jetzt hätte ich gerne noch ein bisschen Leder. Das hast du hier aber nicht. Sechs Leder, um genau zu sein noch. Also, wir müssen mal ganz kurz gucken, ob wir die jetzt hier zusammen kriegen. Aber wenn die Quest, bringt die uns überhaupt was? Also, wenn ich das nächste Mal, dann weiß ich für das nächste Mal, wenn die nichts bringt. Also, ich versuche es mir zu merken für das nächste Mal. Also, rein aus wirtschaftlichen Gründen lohnt sich das leider schon noch. Das ist so... Das heißt, ich werde bei den Besorgungen für die Näheren immer noch ein bisschen behilflich sein. Kein Tierchen. Nase gibt, glaube ich, Pelz. Ich will keinen Pelz, ich will Leder. Ah, ich überprüfe das lieber einmal. Ja, soviel dazu. Was ist denn jetzt gelandet? Okay, ich beprüfe das wohl doch nicht. Laufen die ganzen Hasen weg. Mann. Mist. Das ist was Größeres. Fuchs. Du hast definitiv Pelz. Ah, komm. Hazard auch Pelz. Da bin ich mir echt sicher. Und ich würde es vorziehen, nur Dinge zu töten, die ich jetzt wirklich brauche. Ah. Okay, das ist ein nicht sonderlich erfolgreicher Jagdler-Flug bisher. Ach, war doch was. Aha. Mist. Mist. Da. Da steckt sogar noch ein Pfeil drin. Sehr nett. Puh, sechs Leder brauche ich. Das war jetzt drei. Das heißt, ich brauche dich noch. Gutes Gespräch. Hast du drei Leder für mich, zufällig exakt? Das wäre jetzt gar nicht so unpraktisch, damit ich nicht noch mehr töten muss. Jo. Vielen Dank. Oh. Oh. den spaß dass ich mir natürlich nicht nehmen einmal looten da pausiert er zum glück bei seid ihr doch nur zu zweit danke linkschlauch also das was er dabei hat ist ein schlechter witz naja egal mit und dass wir mal gucken was sie zumindest noch ein feilchen haben eisen feile ok das ist nicht ganz so cool das ist noch ein eisenfeil schön jetzt das filet haferbrötchen das zweites zählt geld großer rucksack danke dafür leute darf ich hier schlafen darf ich mein eigenes dazustellen er darf ich tatsächlich das ist jetzt dumm das nächtliche doppel lager feuer schlafen bis zum nächsten tag das gespräch 140 meter quest abgabe ach so rein aus wirtschaftlichen gründen lohnt sich das mit dem die materialien geben trotzdem natürlich schön gewesen wenn ich dafür jetzt irgendwie produktionstechnologie punkte gekriegt hätte aber naja man kann ja nicht alles haben schnell hast du was ich brauche ich hab's heilig entspann dich ich hab alles hier wie versprochen mhm ah bitte danke jetzt möchte ich irgendwie noch was verkaufen ich hab ein paar dinge gefunden so taugt hier was ja kann man könnte man könnte man aber ne hallo nada ich hab da dinge zum verkaufen einen geklauten bogen zum beispiel brennort kannst du auch haben groß rucksack geil eisenschaufel nimm warm groß fleisch haferbrötchen das ist natürlich geil haferbrötchen meingang mehr med medflasche erhungenschaft freigeschaltet das muss der wind gewesen sein ok weil ich jetzt geklaute sachen verkauft habe oder was ist hier los habe ich natürlich nicht getan wer würde sowas tun 220 komm hier kannst du die zwiebeln noch haben eine ohne tontasse dankeschön lebewohl ja war auch nice dich zu ziehen hih ah oh gott ab noch oh eh anderthalb kilometer wuhu ja gut das letzte mal ne das vorletzte mal sind wir auf den Wegen lang gegangen haben da glaube ich ein bisschen was abgegrast danach haben wir zur hälfte in die Wege gegangen und haben nicht mehr so viel gefunden das heißt wir werden jetzt vielleicht direkt querfeld eingehen und mal gucken was man findet ich hoffe dass es keine bösen wölfe oder bären sind die ein problem damit haben dass ich lebe dann好好 der Tennen ist ja unglücklich woo w activiert danke fürs Gespräch gott nur noch einer Geht ja gut los hier. Ah, mit Wölfen habe ich ja momentan so meine Probleme. Weißt du, so aufgrund jüngster Erfahrung möchte ich euch gar nicht hier... Ja, ich habe einen Pfeil, glaube ich, ein bisschen sehr weit geschossen, ganz knapp über seinen Kopf hinaus. Da müssen wir gleich mal gucken, wo der gelandet ist, dass ich ihn wieder finde. Oh ja, tatsächlich, da ist er. Hier hörst du das Weiterrennen, kein Problem. Ich will nur diesen Kupferpfeil. Und ich möchte auch nicht über diesen riesig dicken Fluss warten. Oh, das ist ein See. Lass uns doch mal am See langgehen. Naja, See, Fluss, ein großer Teil des Flusses, wie auch immer, würde gerne irgendwo etwas besser rüberkommen. Das heißt, wir nehmen eine Brücke oder da vorne, wo sich das Land wieder ein bisschen verengt. Da hat der Fluss verengt, das Land wird ja wieder dicker. Hä? Das ist schon wieder los bei mir im Kopf. Vieles. Vieles, vieles, vieles. Es geht nicht うm. Vielleicht nicht, wir haben etwas angespült. Bah stimmt, ein paar Mal haben wir schon Fässer gefunden, die einfach am Ufer angespült waren. Das wäre natürlich auch nicht nur, ob... Oh, ich könnte etwas zu essen gebrauchen. Obwohl, ich könnte was zu essen gebrauchen, als ob. Ich habe doch hier gefunden. Und jetzt noch mal ein bisschen Wasser. Geht, da. Wieder der Vorteil in den Banditen. Essen haben sie ja eigentlich immer da. Und netterweise haben sie mir ja sogar Eisenpfeile da genossen. Das war so richtig gut von denen. Ich geh gerade noch ein, ich könnte noch mal ein bisschen was davon mitnehmen. Und könnte ich mich ja sogar heilen. Was von den Breitwege riecht hier? Wo Löwen sind? Gerseblümchen halten auch, ne? Gesundheit, jo. Ah, das ist halt nichts. Ah, hier ist genug. Das ist gut, dann kann ich mich gleich mal wieder vollheilen. Also falls auch noch mal irgendwelche merkwürdigen Zwischenfälle passieren, sind unsere Überlebenschancen dadurch natürlich gestiegen. So, 96 live wieder. Das ist super. Und eine Brücke, die rüberführt. Schön. Und Loot. Oh, da vorne sind Fässer. Oh, sehr schön. Ist aber drin. Ohnensamen. Nehme ich. Ja, nehme ich. Und die Fackel darfst du dann wieder aus der Hand nehmen. Oh, ich bin auch gespannt, was unser Mitbewohner oben in dem Dorf von uns möchte. Das wäre eigentlich ganz interessant. Bitte irgendwas mit Bautechnik. Obwohl, Produktionstechnik wäre auch in Ordnung. Eigentlich wäre alles in Ordnung. Außer es gibt nur 60 Dinos-Dinos-Dinos-Dinos-Dinos-Dinos-Dinos-Dinos-Dinos-Dinos-Dinos. Das würde nicht ganz so schocken. Aber hoffen wir mal, dass dem nicht so ist. So. So. Riffels. Wo sind hier überall? Oh, nee. Vor denen habe ich ein bisschen Angst. Die einen erwischen, dann tun die das richtig, glaube ich. Was? 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 Oh, doch, hier ist ein Weg. Oh, ich wollte gerade sagen, hier ist ja nichts mehr los. Aber hier ist ein Weg, hier ist ein Weg. Hier ist auch ein Weg. Die Richtung stimmt erstmal grob. Ah, wäre aber schon ein krasser Umweg. Waren wir direkt rüber, wäre besser. Dann machen wir das. Einmal direkt rüber. Oh, da können wir auch gleich mal unsere anderen Felder nochmal begutachten, wie es bei denen los ist. Oh, yeah. Ey, auf die Landwirtschaft fahre ich hier bis jetzt total ab. Das ist so, wenn die erstmal läuft. Die gibt Geld, die gibt Nahrung. Oh. Äh, hi. Danke. Weitenkorb, Stock, Enholtz. Komm mal her. Okay. Interessant. Ah, hier ist ein Weg. Das sah irgendwie gefühlt aus wie so ein Platitenlager, aber, äh, das lohnt doch eigentlich. Wenn wir da näher an des Weges. Hier ist ein Weg. Ich habe ihn nur nicht gesehen. Oh, da vorne ist unser Lebensmittellager. Was wir für die Erze missbrauchen. Oh, sehr schön. Hm. Ich lasse dich nicht. Oh, der geht. Der Karren, der jemals lag, ist weggespawnt. Okay. Okay. Ach, dafür ist hier einer. Ist das der? Nee, da lag doch immer einer am Eingang direkt. Wie war liegt hier ein Karren? Glückwunsch. Da ist nichts dran. Wo war das nicht der mit dem Wein des letzten Meals? Wir sind ja im Frühling auch nochmal hier hochgelaufen. Ich glaube, das war der, wo der Wein drin war. Was hast du denn bitte vor? Wo läufst du hin? Typ Walder, was ist dein Job? Holzfäller. Gehst du jetzt... Hackst du jetzt wirklich Bäume oder... Gehst du nur in den Wald? Oh. Interessant. Gucken wir mal einer schwangeren Frau beim Holzfällen zu. Beim Baumfällen. Fällt der Baum um? Nee, ne? Ah, ich glaube nicht. Ich glaube... Das ist aber nett animiert, dass sie in den Wald gehen und das tatsächlich tun. Das ist cool. Warum ist hier eigentlich was drin? Hä? Hä? Ich bin nicht aufgeräumt. Wird das große Lager, Minion. Da am Kochen. Alles in Betrieb. Ich mag es. Ich mag es. Oh. So, warum nicht immer diese Fackel in die Hand, ey? So, was sagen die Felder hier? Wie weit seid ihr? Ah, ich bin die Fläche hier noch ein bisschen doof. Da könnte man noch mal... Ich könnte mal noch mal ein Feld dran sitzen. Könnte man den Weg hier wegnehmen? Oh, ja? Schön. Ich finde es super. So, wir wollten nach einer Quest gucken und nicht unsere Landwirtschaft anfreuen. Also, angeilen. So, wer hat denn Sorgen? Oh, einer der Köche scheinbar. Hallihallo. Hallo, Willem. Kann ich dir mal etwas helfen? Nicht wirklich, nein. Bist du sicher? Du scheinst sehr aufgebracht zu sein. Ich hatte einen Streit mit meiner Frau und jetzt will sie nicht einmal mit mir reden. Vielleicht könnte ich mit ihr sprechen und sie überzeugen, sie zu vergeben. Würdest du das für einen Fremden tun? Du wurdest bei mir! Und ich habe schon mehrfach bei euch genächtigt. Bin gleich wieder da. Ist das Diplomatie-Punkte? Nö. Jahreszeit bis die Quest verfällt zwei? Das ist die Quest-Reihe? Normalerweise hat man die Quest auch immer nur an die Jahreszeitzeit. Hallo? Hallo, schöne Frau. Natürlich. Also, was willst du wirklich? Ich bitte dich, geh und versöhne dich mit deinem Mann. Das Leben ist kurz und gefährlich in dieser Gegend. Du solltest eure Beziehung nicht an belanglosen Zankereien zerbrechen lassen. Ich sage belanglose Zankerei. Das ist gemein, oder? Ich bin mal das Unterricht. Ich denke, du solltest dich mit deinem Mann versöhnen. Er vermisst dich. Nicht, dass sie angepisst ist, dass ich sage, belanglose Zankerei. Und er schickt einen Fremden zu mir, anstatt selbst hierher zu kommen. Er ist so faul. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, wann er das letzte Mal Obstkuchen für mich gebacken hat. Alter. Nur hat er ihn einmal in der Woche gemacht. Nun kommt er von der Arbeit und legt sie direkt ins Bett. Ich denke, ich sollte gehen. Okay. Ey, das heißt, du solltest noch nehmen. Ey, Wilhelm. Ich konnte deine Frau nicht davon überzeugen, zurückzukommen. Sie sagte, dass du faul geworden bist. Irgendetwas mit Obstkuchen und dass sie wütend ist. Dass du einen Fremden schickst, anstatt selbst mit dir zu reden. Ah, warte, du erwähntest Obstkuchen? Das ist es. Ich bin sicher, wenn ich ihn wie früher zubereite, wird sie mir noch eine Chance geben. Fremler, ich bitte dich nur ungern. Noch einmal um Hilfe. Aber ich brauche noch ein paar Zutaten für das Rezept. Könntest du dir für mich besorgen? Die meisten habe ich schon da. Also brauche ich nur noch ein paar mehr. Einverstanden. Vielen Dank. Sechs Beeren. Du weißt, dass hinter deinem Haus Beerenbüsche sind? Na, okay. Knapp hinter dem... Da. Echt jetzt? Bitteschön. Das schaffe ich. Gehe ich jetzt immer noch nur die Dynastie-Reputation? Ja, schade. So Diplomatie wäre eigentlich ganz nett. Hier ist alles, worum du gebeten hast. Ich danke dir vielmals. Ich habe ein paar Münzen für Notfall zurückgelegt und ich glaube, du hast sie dir verdient. Jetzt werde ich anfangen zu kochen. Ich helfe gern. Warte auf den nächsten Tag. Gut zu wissen. Das heißt, ich könnte jetzt den hässlichen Tag damit verbringen, die Mine leer zu kloppen. Das ist mal die Sachen für den Minenausflug zusammensammeln. Wie auch Weizenbrot und so. Das ist so eine Sache. Das ist so viel Geld wert. Ich glaube, das würde ich lieber verkaufen, als bei den Leuten gehen. Das ist so. Äh, ja. Kein Kommentar, ne? Das ist mal immer wieder aufgeräumt. Ja. Ach, 32? Das ist ganz schön viel. Oh, ich habe Klamotten nochmal gefunden zum Verkaufen. Oh, wir können bald mal wieder eine schöne Verkaufstour starten. Hose. Tiefel. Messer, Eisennackt. Frischbär, tut nicht Not. Holzschaufel. 21 Gewicht. Kriegt das sinnvoll noch weiter reduziert? Ja. Okay. Dann eine Bronzespitzhacke. Habe ich sie denn? Ja, auf der 3. Dann gehen wir mal ein bisschen in die Mine. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt ein bisschen in der Mine. Dann werde ich die restliche Höhle auskratzen. Also, dann werde ich weitermachen nach der Folge. Wir sind ja schon wieder fast bei 30 Minuten. Und beim nächsten Mal starten wir einfach mit dem letzten Rest der Höhle. Also, ich würde jetzt gerne mal versuchen, das Tageslicht ein bisschen mitzunehmen. Denn, wenn Tageslicht hier ist, ist es hinten in der Höhle, kann man noch was sehen. Also, ich meine, ich habe schon die eine oder andere Höhle gesehen, auch von innen. Normalerweise ist es ab der zweiten Wand alles dicht. Da ist nichts mehr mit Licht. Aber ich nehme das einfach mal so hin. Ah, okay, ist auch ein bisschen knapp. Aber, theoretisch, mir reicht es, um was zu sehen. Das Dach ist, nachts reicht es nicht mehr. Schön, in den tiefsten Weg hinein. Da geht es noch weiter runter. Warte? Wie, oi, oi, oi. Was gesagt, erwartet. So, mir ein bisschen Kupfer. Salz. Was hin. Die wegkriegt. Was schön ist, der Abtransport ist ja jetzt, seitdem wir das Lebensmittellager da haben, doch sehr entspannt geworden. So. Ah, ich nehme mal die Fackel, dann seht ihr ein bisschen was. Machen einmal mein Inventar voll gemeinsam. Hallo, das Inventar ist ja schon voll. Geht das schon mal schnell. Geht noch ein bisschen mehr. Aber ja, ich denke mal... Ein bisschen was werde ich noch machen. Und dann starten wir beim nächsten Mal halt auch wieder mit genau dem gleichen Thema. Oh, schön ist, ich kann es jetzt einfach ins Lebensmittellager schmeißen. Das ist so schön. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über eine gute Bewertung freuen. Tipps, Tricks, super gerne mit in den Kommentaren. Wir müssen noch bald mit Tekorin anfangen. Wir haben mittlerweile das Essen in den Griff bekommen. Ich glaube, unser Geld regelt sich hier auch so langsam ein. Vor allem, wenn wir jetzt noch mehr Flachs ernten. Das wird ja... Es geht schon ins gute Geld da. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Also... Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.